Jetzt werde ich mit meinem weißen Gelstift, weil mir der Kreis noch ein wenig zu leer ist, noch ein paar weiße Punkte drumherum setzen. Also ich mache das jetzt einfach so wie es mir gefällt. Setze ich einfach ein paar Punkte drauf. So, dann nehme ich mir jetzt noch ein Stück Savanna und werde aus dem Stempelset fröhliche Weihnachten. Ich habe vorher bei der Karte hier das Weihnachtezehr gestempelt. Dieses Mal werde ich vom Weihnachtsmann stempeln. Und zwar habe ich mir meinen Stempel jetzt schon auf den Acrylblock drauf gemacht und nehme mir jetzt meinen grün-braun her. Ich schneide mir das jetzt hier gerade mal so ab, dass ich hier nur gerade Fläche habe. Und stempel mir jetzt vom Weihnachtsmann hier drauf. Dann nehme ich nochmal meine Ticketstanzer. Also die sieht so aus, falls ihr die noch nicht kennt. So, und stanz mir das jetzt hier aus. Und setz mir das jetzt mit Dimensionals hier drauf. So, das setze ich mir jetzt hier unten drauf. So, dann habe ich... Wo habe ich es vorhin? Hier. Aus dem Stanzenset, aus dem Bindelset Quadratische Pillowbox. Da habt ihr hier so kleine Kürbisse und kleine Plättchen drin. Unter anderem auch noch ein Teil mit kleinen Tannenbäumchen. Und das habe ich mir jetzt im goldenen... Von dem goldenen Glitzerpapier hier habe ich mir die Bäumchen ausgestanzt. Und das Ganze sieht dann so aus. Und das setze ich mir jetzt noch hier oben drauf. Dafür nehme ich jetzt meinen Präzisionskleber, den neuen her. Und mache mir hier einen ganz kleinen Punkt hier drauf, wo ich das Bäumchen hinsetzen möchte. Und versuche den auch wieder zuzumachen. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis ich die Nadel richtig hier in dem Teil drin habe. Und setze mir jetzt mein Bäumchen hier drauf. So. Okay, und jetzt mache ich noch die Karte für das Innenteil. Und zwar braucht ihr jetzt ein Stück Farbkarton. Also ich nehme jetzt hier wieder Vanille und runde mir die Ecken noch ab. Und dann nehme ich jetzt nochmal einen Rest von meinem Chilifarbenen Farbkarton. Und stammte mir jetzt nochmal ein Ticket aus. Das werde ich jetzt als so kleinen Tab verwenden. Und zwar falte ich den jetzt einfach mittig. Und dann nehme ich mir mein Klebeband, was ich jetzt, ich habe jetzt gerade hier mein Snail. Gehe jetzt hier drüber. Und setze mir das jetzt als so kleinen Tab hier an meine Karte dran. Dann stammte ich mir nochmal einen goldenen Stern. Was meine kleine Stanze schon Glitterpapier ausgestanzt hat. Das ist Wahnsinn. So, und nochmal einen Cluedart. Und setze mir hier dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch noch einen Spruch draufstempeln, wenn ihr möchtet. Und zwar werde ich das jetzt gerade noch machen. Ich nehme mir jetzt gerade hier aus diesem Set noch das fröhliche Weihnachten raus. Ich nehme mir hier jetzt nochmal einen Acrylblock. Mein Grünbraun nochmal her. Und stempele mir jetzt hier unten noch fröhliche Weihnachten hin. So, und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und da habt ihr jetzt noch Platz zum Beschriften. Und könnt das Ganze hier in die Tüte reinstecken. Und fertig ist eure Weihnachtskarte. Ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen. Und ihr bastelt es mal nach. Und ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und über liebe Kommentare, wenn ihr vielleicht auch wollt. Und bis bald. Tschüss.